So, hallöche meine lieben Freunde, ich sage mal, jetzt geht's, ja, bis zu euch meine lieben Zuschauer und begrüße euch recht herzlich zum nächsten Flashmob. Ja, ihr habt euch doch sicherlich wieder alle drüber gefreut, wann ich dann endlich mal das nächste Flashmob-Video rausbringe, heute ist es da. Ja, ähm, ich hab mir gedacht, da das Flashmob ja super bei euch ankommt, ähm, und auch im Livestream, denke ich mal, bringe ich das auf jeden Fall jetzt mehrmals als einmal die Woche. Der letzte Flashmob ist jetzt zwar, glaube ich, knapp eine Woche schon wieder her, aber ich denke mal, ich bringe das eigentlich mal öfters jetzt und, ähm, direkt hier am Anfang, wie gesagt, wir starten mal wieder auf meinem Kanal, direkt, äh, eine Frage an euch, ähm, schreibt einfach mal, also für den nächsten Flashmob, schreibt einfach mal Let's Player eurer Art, beziehungsweise YouTuber eurer Art, der jetzt nicht so viele Abonnenten hat, also unter 10.000 geht auf jeden Fall klar, ähm, den, auf den ihr gerne einen Flashmob veranstalten würdet. Schreibt mir da auf jeden Fall mal euren Wunsch in die Kommentare und falls euer Lieblings-Let's Player oder YouTuber oder whatever, ähm, dort schon in den Kommentaren steht, könnt ihr diesem Kommentar einen Daumen nach oben geben, dann, äh, sehe ich natürlich, ja, der soll auf jeden Fall zugespampt werden und, ähm, ja, der mit den meisten Daumen, denke ich mal, beziehungsweise der am meisten gewünscht wird, wird von uns Flash gemobbet, beziehungsweise einfach den Runden um den Boden kaputt gemacht, whatever, ihr kennt den ganzen Flashmob, ähm, heute spammen wir, ich scrolle einfach mal runter, ja, wie gesagt, ich hab ja in dem ersten, vorhin gesagt, dass ich Leute hier aus meiner Abo-Box nehme und heute ist wieder einer aus der Abo-Box dran und zwar Holzkiste LP, ähm, na komm, 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 scheiß Internet, ja, ich hab grad zwei Videos so, deswegen dauert das grad ein bisschen länger, ähm, warte mal, ich scrolle mal hier ein bisschen so, beziehungsweise, ich muss einmal ganz kurz hier, warte mal, ich seh grad mein, mein Ding sind's hier nicht, das ist, wo ich das Bild verschieben kann, egal, lassen wir das, ähm, auf jeden Fall die Jungs von Holzkiste LP, ähm, ich hab ja auch schon, äh, Skyblock zum Beispiel mit denen zusammen gemacht und ich dachte mir jetzt einfach mal, ja, ähm, spammen wir die jetzt einfach mal zu, weil die Jungs so kacke, dreist sind und einfach so scheiße sind, ähm, nein, natürlich nicht, also, äh, das sind natürlich super gute Jungs, also ich verstehe mich super gut mit denen, beziehungsweise von zwei von denen und, ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schreiben hier drauf, lieben Gruß von Blue, also das Standardzeugs von mir, und ich wünsche mir einen, eine Peniskiste, versteht da den Witz, Peniskiste, Kiste, Holzkiste LP und so, haha, ihr habt's sicherlich nicht verstanden, also ihr könnt irgendwie sowas ähnliches posten oder so, ähm, dann hätte ich auf jeden Fall noch eine Bitte an euch, ähm, wie gesagt, die Jungs sind super gut, schaut auf jeden Fall mal bei deren Projekten vorbei, also würde mich auf jeden Fall mal drüber freuen, wenn ihr bei denen vorbeischaut, könnt ihr entweder auf die Uploads oder Playlists gehen, wie gesagt, die befassen sich nur mit Minecraft, äh, Minecraft Tutorials und Techit und so ein Krams und, ähm, ja, ich gehe mal einfach mal wieder zurück auf meinen Kanal, würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen, wenn ihr, ähm, wieder bei diesem Video interagieren würdet, wenn euch der ganze Flashmob, wie gesagt, falls der aufrecht bleiben soll und so, gebt dem Flashmob bitte einen Daumen hoch, da sehe ich natürlich, dass es euch gefällt und dass es auf jeden Fall mehrere Flashmobs geben soll, und, ähm, wie gesagt, und die Interaktion natürlich auf Holzkistes LP, ähm, Kanal, Pinnwand, Gedönszeug, zeigt mir dann natürlich auch, dass ihr wirklich Spaß an der Sache habt und umso mehr da Leute dort stehen, umso mehr Motivation habe ich natürlich auch noch weitere Flashmobs und mehr Flashmobs zu machen und ich sollte jetzt endlich mal wieder atmen, ne, äh, by the way, als kleine Anmerkung, falls ihr jetzt, äh, die letzten drei Flashmobs gesehen habt und jetzt denkt, ach, ist ja schon zu alt, brauche ich eh keinen Kommentar mehr posten, könnt ihr natürlich noch machen, wie gesagt, das fühlt mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr jetzt zum Beispiel vom Decaylor Zone den, ähm, Dingsens seht, äh, und jetzt denkt, ja, es ist gerade mal zwei Wochen her, ich, der interessiert doch eh mehr keinen, ähm, ne, natürlich nicht, ähm, ich schaue ab und zu, wie gesagt, bei den Leuten eh vorbei, beziehungsweise schaue die eh selber und, ähm, wenn da noch einer steht, beziehungsweise ein Neuster steht und das Video ist zwei Wochen halt, alter, da freue ich mich so einen Arsch ab für euch und, äh, ja, wie gesagt, ich freue mich drauf, dass ihr die, äh, Holzkist LP-Jungs, ähm, einfach mal zuspammt und einfach mal deren Kanal abcheckt und, ähm, ja, dann würde ich jetzt auch mal sagen, das war's mit dem kleinen Flashmob, äh, für den nächsten Flashmob, schreibt ihr mir bitte eure Wünsche in die Kanal-Kommentare, ach, Kanal-Kommentare, äh, in die Kommentare und so, ihr wisst schon Bescheid, ähm, wie gesagt, ich freue mich da auf jeden Fall riesig drüber und da sage ich jetzt einfach, ne, jetzt geht's, ja, peace und reingehauen, ich wünsche euch viel Spaß beim Spammen, könnt natürlich wie immer drei, vier Kanal-Kommentare, und, tschüss!